Hunde sind nicht nur Haustiere, sie sind treue Gefährten, die uns mit ihrer bedingungslosen Liebe bereichern. Doch trotz ihrer Robustheit und Anpassungsfähigkeit gibt es bestimmte Verhaltensweisen und Aktivitäten, die wir in ihrer Nähe vermeiden sollten, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu schützen. Was sollte man also niemals tun, wenn der vierbeinige Freund an unserer Seite ist? In diesem Video verrate ich dir einige entscheidende No-Gos, die jeder Hundehalter kennen sollte. Nummer 1. Rauchen Das Qualm einer Zigarette ist nicht nur für Menschen schädlich, sondern stellt auch eine große Gefahr für Haustiere dar. Passivrauch kann bei Hunden zu Atemproblemen, Lungenkrebs und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Das Rauchen in der Nähe deines Hundes kann also seine Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und seine Lebensdauer verkürzen. Nummer 2. Aufstellen giftiger Pflanzen Viele gängige Zimmerpflanzen sind für Hunde giftig und können bei Verschlucken zu schweren Vergiftungen führen. Pflanzen wie Diffenbachia, Aloe Vera und verschiedene Arten von Lilien sollten außerhalb der Reichweite von Hunden gehalten werden, um unbeabsichtigte Vergiftung zu vermeiden. Nummer 3. Essen teilen Menschliche Lebensmittel können für Hunde schädlich oder sogar tödlich sein. Lebensmittel wie Schokolade, Zwiebeln und Trauben sollten niemals mit Hunden geteilt werden. Diese Substanzen können zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Leberversagen und Tod. Nummer 4. Unbeaufsichtigtes Schwimmen Obwohl viele Hunde gerne schwimmen, kann das unbeaufsichtigte Planschen im Pools, Seen oder Flüssen gefährlich sein. Hunde können leicht ermüden, in Strömungen geraten oder durch versteckte Gefahren im Wasser verletzt werden. Es ist wichtig, deinen Hund beim Schwimmen immer im Auge zu behalten. Nummer 5. Verwendung von Menschenmedikamenten Das Verabreichen von Medikamenten, die für Menschen bestimmt sind, ohne vorherige Rücksprache mit einem Tierarzt, kann bei Hunden zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Viele Medikamente, die für Menschen sicher sind, sind für Hunde hochgiftig. Und Nummer 6. Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln Die Verwendung von Pestiziden und Düngemitteln in deinem Garten kann gefährlich sein, wenn dein Hund Zugang zu diesen Bereichen hat. Viele dieser Chemikalien sind giftig für die Vierbeiner und können bei Aufnahme zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Suche nach haustierfreundlichen Alternativen, um deinen Garten zu pflegen. Möchtest du jetzt noch wissen, wie dein Hund aufhört am Tisch zu betteln? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Klicke direkt drauf. Klicke direkt drauf.